Es ist wieder Kaffeezeit hier bei Hörspiel-Fan. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Prost! Ja, mit einer tollen Jantennertasse. Hups, da habe ich euch heute schon das Thema von Hörspiel-Fan verraten. Aber erstmal einen Schluck. Ach, und leider heute aus technischen Gründen mit einer Handkeule in der Hand. Leider. Naja, heute geht es bei Hörspiel-Fan, euer Hörspiel-Magazin, rund um aktuelle und klassische Hörspiele, um ein klassisches Hörspiel. Und zwar heute möchte ich euch das Hörspiel von Jantennert mit der Folge 3 vorstellen. Es heißt Landung der Giganten. Das Hörspiel ist 1980 als MC bei Kiosk erschienen, 2006 als CD. In Westland verschwinden spurlos Kinder. Eins nach dem anderen. Aber was ist los? Als Jantennert mit der wirklich wunderschönen Tanja, ja, es gibt kaum Fotos von Tanja, aber mit der hübschen Tanja, ja, mit der hübschen Tanja gerade beim Tennis fast gewinnt, stürmt die Polizei bei einer Matchpause, stürmt sie auf dem Platz. Sie wollen Jantennert im Auftrag von Professor Futura abholen. Jan Tenner und Tanja hadern zuerst, aber als sie erfahren, dass es um verschwundene Kinder geht, steht für sie natürlich der Entschluss fest, ja, wir gehen nach Gravel zum Labor von Professor Futura und wollen Näheres wissen. Sie kommen dann nun ins Labor von Professor Futura an, wo draußen schon die ganzen Fotografen und Reporter stehen. Ja, weil der Superstar Jan Tenner, wir halten fest, Superstar schon nach zwei Folgen, ja, Superstar Jan Tenner gerade eintrifft, stehen schon die Reporter und wie gesagt die Fotografen vor dem Labor. Professor Futura erzählt Koch zusammengefasst, was passiert ist, gibt auch zu, dass vor geraumer Zeit auch schon sein Labor aufgebrochen worden ist. Doch plötzlich platzt ein Polizist in das Gespräch. Er berichtet, dass ein Toter gefunden worden ist. Er soll von einem Flugobjekt getroffen worden sein, was richtig mega, 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 mega tief geflogen ist. Eigentlich kann kein irdisches Flugzeug so tief fliegen, dass man einen Menschen so treffen kann. Aber es ist halt so. Jan Tenner, ja, befragt die Eltern der verschwundenen Kinder. Plötzlich taucht eines der verschwundenen und entführten Kinder namens Annie auf. Aber Annie kann sich auch nicht erinnern, wo das Flugobjekt mit den großen, ja, Aliens, den Giganten, ja, Aliens, der Giganten, ja, wo dieses Flugzeug auch steht. Also machen sich Tanja und Jan Tenner auf der Suche mit ihrem Flugzeug nach dem Raumschiff. Und sie werden auch fündig, sie entdecken dieses Raumschiff. Tanja nimmt Funkverkehr zu dem Militärhauptquartier auf. In diesem Moment startet oder versucht, ja, das Raumschiff zu starten. Aber durch Zufall sind noch andere Militärflugzeuge in der Nähe und beginnen das Sperrfeuer, sodass das Raumschiff doch nicht starten kann. Kurze Zeit später ist ein Bodentrupp rund um General Forbitt vor Ort. Zusammen mit diesen geht Jan Tenner und die hübsche Tanja, gehen sie zu dem Raumschiff langsam hin. Es öffnet sich eine Luke und das große Alien stellt seine Forderung. Er möchte im Austausch für die Kinder Professor Futura haben. Nach einer kurzen Lagebesprechung entschließen sich Jan Tenner, Tanja, General Forbitt und Professor Futura auf die Forderungen einzugehen. Und der Professor hat ein Serum entwickelt, womit man sich als Mensch verwandeln kann. Das heißt, Jan Tenner würde zu Professor Futura. Und dieses wird auch gemacht, obwohl dieses Experiment mit diesem Serum sehr gefährlich ist. Das bekommt auch Jan Tenner zu spüren, der dieses Serum sehr, 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 sehr schlecht verträgt, nachdem es ihm injiziert worden ist. Aber das Serum funktioniert, ja. Jan Tenner sieht genauso aus wie Professor Futura. Und er spricht auch so wie Professor Futura. Und die beiden machen mit General Forbitt den Test. Selbst der General, der General, der General, der General, der General, kann die beiden nicht auseinanderhalten. Das ist natürlich ein guter, geiler Joke. Und so kann Jan Tenner, ja, als Gestalt von Professor Futura, nun zum Raumschiff der Aliens gehen und, ja, und die Forderungen mal nachgehen. Was steckt genau dahinter? Ja, die Außerirdischen erzählen nun Jan Tenner, alias jetzt, sie denken es wäre ja Professor Futura, warum sie den Professor haben möchten. Denn sie benötigen ein Serum, weil sie hatten auf ihrer Welt, ja, einen Sternenkampf verloren. Und so wurde ihre Welt total verseucht. Sie wuchsen und brachen durch ihr Gewicht tot zusammen. Und sie benötigen dieses Serum, um wieder runterzuschrumpfen. Und plötzlich wirkt das Serum von Jan nicht mehr. Er verwandelt sich zurück von Professor Futura in Jan Tenner. Und da werden die Aliens richtig sauer. Sie nehmen ihn gefangen. So, ob Jan Tenner wieder befreit werden kann, werden die Kinder befreit, werden die Riesen wieder zu normalen Gestalten geschrumpft. Das erfahrt ihr in der dritten Folge von Jan Tenner und Landung der Giganten. Wenn man sich dieses Cover anschaut, müsste man meinen, wow, diese Folge ist richtig Action geladen. Ist sie aber nicht. Es ist ein bisschen so wie der Enkeltrick, ja. Man suggeriert etwas, was gar nicht so ist. Und somit geht es auch mit dieser Folge. Ich fand die Folge zwar nicht schlecht, aber sie hatte kein Tempo drin. Also es war keine Action. Man hat sich mehr auf Dialoge berufen. Man hätte mehr rausmachen können, schon allein, wo Jan Tenner sich zurückverwandelt wieder in Professor Futura. Da hätte man schon mehr Action erwartet durch die Aliens. Aber dieses war leider nicht der Fall. Auch interessant ist es, dass bei diesem Tennis-Match am Anfang sagt der Stadionsprecher Jan Tenner und seine Partnerin Tanja. Ja, aber Tanja hat da auch gar keinen Nachnamen. Also ist der Name Tanja, ja, mit dem Nachnamen, ist weiterhin da unbekannt. Okay, das war auch die letzte Folge mit Tanja von der Klassik-Serie. Aber trotzdem wäre es mal interessant gewesen, wie wirklich denn Tanja mit Nachnamen heißt. Auch was ich da in dem Hörspiel richtig geil fand, ist, wo Jan Tenner sich denn in den Professor Futura verwandelt. Und er zusammen mit dem richtigen Professor Futura, ja, General Forbit, ein bisschen so an die Nase herumführen. Und er rafft ja nicht, wer von den beiden nun wirklich Professor Futura ist und wer Jan Tenner. Auch eine schöne Sequenz, besonders auch am Schluss, ja, wo sie den Professor, ja, ein bisschen versaubeuteln, ja. Die ziehen ein bisschen lustig auf am Schluss. Also die Folge, das möchte ich euch nicht verraten, aber da wird immer schon über das Aussehen vom Professor Futura, wird sich rege amüsiert. Bevor ich als Kind immer so ein bisschen Respekt hatte, wo ich mir die Folge angehört habe, ist, dass die Aliens so Kinder als Druckmittel genommen haben, ja. Sie haben so gesehen, ja, die Kinder eingesetzt, um eine Chemie zu bekommen, ja. Eine chemische Waffe, nämlich dieses Serum, ja, und da habe ich als Kind schon Schiss gehabt, scheiße, wenn jetzt hier die Aliens bei mir ins Kinderzimmer kommen. Schnell Türen zugemacht, Fenster zugemacht, schnell unter die Bettdecke und diese Folge trotzdem gelauscht, mit Schweiß auf der Stirn. Tolle Folge, richtig geil. Ich kann nur sagen, diese Folge, trotz dieser wenigen Action, ja, hat schon mit den Dialogen, wie gesagt, richtig alles wettgemacht. Und mir hat die Folge richtig gut gefallen. Wir kommen nun zum Sprechercast der Folge. Der Erzähler ist Uli Herzog, Jan Tenner-Lutzriedl, Tanja, gesprochen von Christine Schnellneu, wie ich ja schon erwähnt habe eben, auch der letzte Einsatz von Tanja in den klassischen Hörspielen. Professor Futura, Klaus Nägelen, leider schon verstorben, General Vorbitt, Heinz Giese, Mutter Gisela Fritsch. Vielen von euch bekannt, falls ihr früher mal Benjamin-Blümchen-Hörspiele gehört habt. Das war die Carla Kolumna, die rasende Reporterin. Der Vater, Norbert Gescher. Norbert Gescher ist Synchronsprecher von Steve Martin. Ja, Steve Martin kennen viele von euch. Dann die Tochter, wort gesprochen von Natascha Rybakovsky. Gott, ist das ein Name. Der Reporter ist Bert-Günter Schmidke. Der Schiri Erwin Schadok. Selbst der Schiri, der eine minimale Sprechrolle hatte von zwei Sätzen, der wurde ja erwähnt. Der Polizist Gerd Holtenau und der Fremde von Heinz Rabe. Regie Uli Herzog, wie gesagt, hat er auch immer den Erzählpart gemacht. Die Musik, die legendäre Titelmusik von Jutta Stahlberg. In den neuen Hörspielen, die ab dem 27. September in den Handel kommt, wo Jan Tenner neu aufgelegt worden ist durch Zauberstern Verlag, gibt es zwar die gleiche Titelmusik auch, aber die ist leicht modifiziert worden. Also da freuen wir uns alle schon da drauf. Ja, eine richtig geile Folge. Ja, mit dieser Review zur Folge Landung Giganten aus der Jan Tenner-Reihe. Ach, da muss ich auch mal was sagen. Guck mal hier, mal ganz näher. Kann man das mal da ran zoomen hier? Hier so. Der Jan Tenner sieht da vom Gesicht richtig jung aus, ne? Mein Gott, der sieht ja aus, als wenn er gerade in der Pubertät wäre. Ja, naja, egal. Das Bild fand ich da bei Jan Tenner im Gesicht, fand ich schon sehr, 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 sehr jung. Naja, egal. Trotzdem eine tolle Folge. Wie gesagt, leider nicht so actionlastig, wie dieses Bild verspricht, aber trotzdem sehr geil. Falls ihr Jan Tenner-Fans seid, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinposten, was ihr von dieser Folge haltet, welche Lieblingsfolge vielleicht Jan Tenner ihr habt. Oder was auch immer, ihr könnt auch lobt, auch vielleicht Kritik unten in die Kommentarfunktion reinposten. Würde mich auch freuen. Dann sehen wir uns auch bei der nächsten Hörspiel-Review hier auf Hörspiel-Fan wieder. Bleibt mir gewogen. Habt einen schönen, chilligen Tag. Und vor allen Dingen, mega, vor allen Dingen, nachdem ihr eine Tasse Kaffee oder Kakao getrunken habt, bleibt weiterhin hörsinnig. Tschüss.